Ah und da sind wir wieder. Bye Borderlands. Erstmal schön schweigen. Wie kommen wir hierher? Wir haben es geopfert, wir sind gut. Immer gern. Und was soll ich jetzt hier machen? Feuer abbild? Ich zeig's dir. Ich hab keine Feuerwaffe. Ich aber. Warte, ich hab eine für dich. Wenn du mich dafür mal bei den Raketen werfst, die benutze ich sowieso nicht. Warte. Was soll das? Mit Kuh wegwerfen. Da liegt eine. Die kenn ich. Ich hab aber noch eine Pistole, wenn du willst. Barstöne. Genau, dann du das untere. Weil mit der Sniper kannst du es von schön weitem entflammen. Musst du nicht die ganzen Gegner da kaputt nutzen. Jetzt muss ich da nur in die Nähe kommen von dem Ding, weil sonst seh ich das nicht. Du hast großes geleistet, Fackel. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zu mir zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Okay, das klingt ziemlich übel. Das klingt ziemlich geil, muss ich sagen. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Sie erscheint da auch noch. Wir müssen irgendwo hier unten rum, das weiß ich noch. Das bestätigt doch dann noch ihre... ... ihre was weiß ich was. Da, normale Nomade. Und da, Headshot. Was ist das? Es scheint mir, als hättest du recht und wir müssten wirklich dort nach. Er probiert es doch noch aus. Oh. Tja. Schade, ich dachte, die kämen wir irgendwie runter. Naja. Die tausend Dollar waren's wert. Eigentlich nicht. Ha. Siehst du, noch nicht mal so krass verschätzt. Renn nur weiter. Mach ich doch nicht. Da ist sie. Au. Go, go. Einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen, rennen, rennen. Mach ich doch. Ich bin doch schon wieder weg. Ich bin doch mal weg. Mann, Mann, Mann. Wollte ich hier für'n Stress machen. Obwohl wir einfach nur kurz mal durch wollen. So, das war hier auch der Weg zum Firehawk. Wer sich erinnert. Ja, ihr macht mir sowieso keinen Damage, ihr Bobbys. Mir aber. Ich glaub, wir müssen zwar hier... ...wo anders entlang, aber ich weiß grad nicht wie das ging's. Nein, auf der Map sieht's hier gut aus. Auf der Map sieht's gut aus. Ja, das sieht doch anders wunderbar aus hier. So, jetzt verfolgen mich auch noch Spinnen. Sehr gut. Der Mösenstummel? Was ist denn? Fuck? What the fuck? Da! Die Entflammungsparty. Das hast du gut gemacht, Kacke. Jetzt zieh an dem Hebel und starte die Entflammung. Ich weiß. Warte im Hebel. Warte im Hebel. Nein, mach das jetzt. Nein, ich hab's noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich hab die Mission noch gar nicht gemacht. Also, ich mach das jetzt. Ich auch noch nicht. Zuschauer wollen nicht warten. Nee, ich schau's mir einfach an. Ja komm, beeil dich. Ja, mach's schon mal. Ich bin sozial. Ach lol, der schlägt mit seiner Waffe zu. Wie geil ist das denn? Hahaha. Ich mag schon die Animation ziemlich gern. Bam. Ist der ein Messer unter der Waffe oder warum schlägt der so komisch zu? Bam. Oh, das ist ein Polja. Den würde ich aber ungern so bekämpfen. Wirklich jetzt? Jetzt weiter. Wiedersehen. Fabi hat's jetzt hoffentlich auch bald geschafft. Ja, ich bin da. Ja, dann müssen wir noch diesen Kampf geben. Na, Kampf war der Wind. Ja, komm, der ist meiner. Au, 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 au. Gut. Gerecht, die Sau. Gut, dann würde ich sagen, mach... Boah, es ist ja noch einer. Und noch einer. Jetzt aber. Oh. Ziehen. Ja, das glaube ich dir. Diese Narren aus Sanctuary wissen die Erhabenheit des Firehawks nicht zu schätzen. Ihre bloße Existenz ist ein Freifeld. Schütze deine Augen, Killer. Ich komme. Oh. Eure Göttin ist erschienen. Und sie ist bitter enttäuscht. Kammerjäger. Ich bringe diese Zivilisten zurück nach Sanctuary. Während du diese Irren zerschmetterst. Das kann nicht sein. Hört nicht hin drüber. Der neue Fackel war ein Spion. Ein Umbrecher. Tja, und schon ist er tot. Die Flammen sehen. Wir haben ihn sehen. Echt. Echt. Weg. Alter. Könnt ihr nicht. Tötet die Anhänger. Von wo? Da. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich glaube wir sind neue Götter. Boah, dass ständig der die Waffen ausrüstet. Wie so tut der das? Du darfst nicht lange Ehe halten. Ja, ich weiß, aber das mache ich so bei Kisten automatisch. Damit ich den ganzen Loot auf einmal kriege. Dann ist da manchmal eine Kiste einfach so eine hässliche Waffe drin. Bei Waffen darfst du es halt nicht machen. Alter, was geht denn hier jetzt auf einmal ab? Oh ja, das ist alles mögliche. Das sieht doch gut aus hier. Die Folge ist aber schon wieder vorbei, von daher. Ja, wir haben noch eine Minute. Haben wir noch eine Minute? Ja. Ja, ja, von daher haben wir noch eine Minute. Ja, das ist schon eine Minute. Sniping Platz. Bam. Quickscope. Wo habe ich noch was zum Quickscopen? Wo habe ich noch was? Oh no scope. Na seht ihr, ich bin der Boss. Und hier kannst du runterspringen. Oh, Glück Junge. Ja, ich glaube, da war ich aber schon. Ich glaube, das hatte ich dir mal gezeigt. Ansonst gucke ich einfach nur mal die späteren, äh, die hochgeladenen Folgen an, oder? Die Folgen, die ich noch auf der Platte habe. Ja, das hatte ich dir mal gezeigt. Das hatten wir aber schon entdeckt. Kann man hier nicht runterspringen? Ich dachte, man kann hier runterspringen. Dann war es ein bisschen weiter. Psycho. Haha, Idiot. Na du, Schnucki. Komm, wir machen jetzt einen Messerkampf. Tu mit deiner Keule gegen dich und... gegen mich und mein Messer. Nur Fabi hält sich nicht in die Regel und macht nicht seinen Nahkampfangriff. Macht noch einer, guck an. Komm, only Messer Fabi, only Messer. So, dann mach ich mir meinen Cheat-Mode an. So, dann mach ich mir meinen Cheat-Mode an. Und weg mit dem. Sehr gut. Einfach unten drunter durchgerannt. Und jetzt ist die Folge vorbei. Genau. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschöööö... Uuuuuhh!